Epic Games hat gerade ein sehr verrücktes Update rausgehauen und zwar gibt es wieder die OG Pump wieder zurück im Spiel und in allen möglichen Farben, ist schon sehr wild, ich habe jetzt hier ein Gold und Grün, Sound ist komplett der gleiche, außer das Fadenkreuz hat sich ein bisschen geändert, ist ein bisschen kleiner jetzt und ich muss sagen, die ballert schon Kopfschaden maximal mit Gold 160, Buddy habe ich jetzt auf Range so 112 gedrückt, 118, Kopf 160 grün Kopf 145, also die Waffe ist wieder ab jetzt zurück im Spiel